Das Baby öffnet zum ersten Mal die Augen. Obwohl nur zwei Prozent des Lichts zu ihm vordringen, ist es nicht zu dunkel in seiner Höhle. Das Kleine sieht ein tiefes Samtrot. Auch das Gehör des Babys ist auf Empfang geschaltet. Bei lauten Geräuschen erschrickt es, sein Herzschlag beschleunigt sich und wird wieder langsamer, wenn es ruhig ist. Ihr Kind ist jetzt etwa 34 Zentimeter groß und ungefähr 1000 Gramm schwer.